Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofbergmanze. So, wir fangen mit an zu sehen. So, delay. Schmeißen wir an. Unten ist es. Let's go. Da, unten ist es. Passt. So, delay. So. So. Um den Stuhl. So. So. So, und weiter geht's. Nächste Spur. Mir krabbelt's Ohr. So, drehen. Rum schlipsen. So, und rum hier. Oh Mensch, das erschreckt mich doch nicht so. So, irgendeine Papierküte gefunden, wo sie so rum kraucht. Und wenn man darauf nicht gefasst kriegt, dann war halt ein Herzkasper. So. So, ich würde mich auch umsetzen. 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 So, ich würde mich mal ein bisschen auf die Bäume ein bisschen. mehr lenken so, 5,8 haben wir so gut wie angesät und schon eh eine Dickelstufe mit aufgebracht das ist schon mal wie bitte schön so, 4,3 so, 4,3 so, 4,3 so, 5,3 So, Ausleidenschaft. So, Ausleidenschaft. So, Ausleidenschaft. So, haben wir schon mal das erste Feld eingeseht. So, was soll ich denn sagen? Gast? Nee. Horst. Nee. Rats? Nee. So, ja wohl. Kommen wir auf Feld 1. Oh, das ist ein altes Kielproblem. Okay. 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 Oh. Okay. Okay. Mensch, was brauche ich denn heute zusammen für einen Buß? Das geht ja gar nicht. Das Feld ist ja schon eingesehen, da muss ich besser rum, äh, rum her, das ist ein CBS-Modwatch auch schon mit dem aktualisieren, da habe ich noch nicht dazu gekommen, muss ich mir erstmal bei Gelegenheit antun, so, klappen wir mal aus, so, äh, Draschenfeld 1, so, nähen wir mal ganz kurz, machen wir mal Linienzwängen an, das an, das an, so, so, dann sehe ich das ja, genau. So, und zwar, ich höre mich gerade an, so, automatische Arbeitspreise, oh, jetzt mal, ich höre mich gerade an, mal, Offset. So, jetzt muss ich gerade, oh, 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 oh. So, alles an, und drüber schieben, 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 so, und ansetzen, so, ja, wurde ich eingestellt und, let's go. Jetzt bringen wir die Rastbar, oder? So, jetzt tun wir das Ding hier, Feld 1, bevor, sehen, 9, M, und neu erstellen. So, Power. So, auch Kevin. So, jetzt nennen wir das Ding hier. So, sichern sitzen, wenn wir das Ding hier nicht unbedingt약, ist es digamos, okay, steht das Ding eshak, Danks Kn Dr. surname, aber wichtig ist, der Tarrung zu bewegen. So,, wenn deine Ladinkäme zu klären, So, delay. Ich glaube, das 1180.000 kommt in das Dribble. So ist es. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, und. So, und zack. So, ich bin da auch noch mal voll die Linie. So, und hochziehen, denn Spaß. So, irgendwie was schief gelaufen ist hier an dem Stöcke. Jetzt passt es wieder. So, ich bin da auch noch mal. 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 So, ich habe das Vorgewende schon mal gut geschafft hier. So, ich bin da auch noch mal. 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 So, ich bin da auch noch mal au setzeln. So, Clara, also jetzt mal hier zu network setzen. So, jetzt muss es passen. der passt, wackelt in der Luft. So, jetzt werden wir schön unser Feld 1 an. Wir unterschicken da in der Sähmaschine, die schliebe das Teil, die Planteur. So, Planteurum. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Jetzt sind wir schon mal bei Bahn Minus 1. Passt, wackelt in der Luft. Minus 13 ging es, oder 12 Bahnen. Ich hab die jeweilige gewöhnliche Gesichter an die längsten Bahnen. So, fährt es mal mit 17 kmh die Bahn wieder hoch. Aber ich komme jetzt erstmal zum Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daimchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euch auch so.